Liebe Unravel-Freunde, heute, denke ich mal, wird es das letzte Kapitel geben. Wir haben gesehen, dass unser Papi, unser Opi und auch unser Mann krank geworden ist in der letzten Folge, in dem letzten Kapitel, was wir gesehen haben. Und im nächsten Kapitel, hier sind noch Grücken, im nächsten Kapitel werden wir wohl, also ihr seht, das Kapitel, was wir jetzt haben, werden wir wohl dann auch herausfinden, warum dieses Bild am Sterbensbett war. Das Rost, genau, das ist das, was wir gesehen haben. Wie viele Collector Pots habe ich gefunden? Nur zwei. Das letzte Blatt. Und euch da draußen, viel Spaß mit dem, wie ich so sehe, das letzte Kapitel von Unrave. Juhu! Sieht mir sehr nach dem Friedhof aus. Oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh. Das wird ein ganz trauriges Kapitel. Okay, ich glaube, ich muss in dieser Lampe, in die Lampe mitnehmen. Kann das sein? Okay, ich muss in der Lampe mitnehmen. Ich muss wohl die Lampe so mitnehmen, dass ich was sehe. Aber cool gemacht, sehr schön. Wir werden sehen, was da nachher passiert. Wir halten uns dadurch nämlich an der Lampe fest, wie ihr seht. Und die Lampe gibt uns, spendet uns Licht in der Dunkelheit. Oh, 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 oh. Jetzt stehen sie alle vor dem, ich hab's mir gedacht. Das letzte Kapitel war das Wohl von Opi, vom Papi, vom Ehemann. Wir müssen die Lampe mitnehmen. Die Lampe darf nicht abstürzen, wir warten jetzt den Wind kurz ab. Und dann machen wir... Man kann die aber nur ziehen und nicht schieben. Oder kann ich die auch ziehen? Muss ich die vielleicht trotzdem hier rüberziehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen das Licht aber. Ja, wir brauchen das Licht. Okay, wir müssen es einfach nur rüber schmeißen. Okay, alles klar. Wie schön die anderen Kapitel auch waren, scheint mir dieses Kapitel sehr, 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 sehr traurig zu sein. Wir müssen die Gorn auch aufziehen. Können wir es hier hoch her, ne? Mir ist es schon Schnee gezogen. Perfekt. Okay, wir müssen kurz warten. Diese ganzen Ideen. Das ist so cool gemacht, Leute. Oh, wir müssen die hoch. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Halt dich fest an der Lampe. Oh, oh, oh. Halt dich fest. Schöne Bergeswälder, Schneelandschaften, Sümpfe, Gräser und Wiesen, tolle Gärten. Und jetzt, ah, was ist jetzt los? Und jetzt ganz, ganz traurige Friedhöfe. Mist. Ich wollte gerade einen Knoten machen. Wie wieder? Ich wollte gerade einen Knoten machen. Wir kommen nämlich, wir fallen nämlich jedes Mal wieder da runter. Schnell, 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 schnell. Wir müssen da jetzt vorbei. Ganz schnell an diesem... Sind wir nicht verbunden an dem einen Ding? Warum werden wir immer so weiter... Ich darf mich nicht an der Lampe festhalten, das ist klar, aber ich... Der macht das automatisch, sobald ich loslasse. Okay, jetzt. Es ist nicht unbedingt schwer, aber er macht manchmal nicht das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich... Ich möchte eigentlich hochlaufen und auch vor den Haken machen, ne? Den Knoten, meine ich. Komm, schnell, 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 schnell. Komm, wir brauchen dich da hochzuklettern, los. Wie schön das Ende, ne? Dieses... Dieses... Einfach... Schnell, 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 bevor wir runtergezogen werden. Dieses Licht. Wir brauchen das Licht. Ich bin gerade in den Zaun geknallt. Okay, nächster Safe Point, sehr gut. Oh, oh. Wir warten einmal den Regen ab. Wir bleiben mal ganz kurz beim Licht. Wir wärmen uns an der Wärme der kleinen Kerze. Kommt nochmal ein Wind? Wie komm ich da rüber? Okay. Wir müssen die wohl, glaube ich... Wir dürfen nicht zu zweit rauf. Wir müssen alleine laufen. Wow, das wird schwer. Oh Gott. Das wird ne schwere Angelegenheit. Ich finde, die Kerze nicht alleine lassen sollen. Kommt ihr weg! Okay, nochmal. Ich hab einmal das Garn losgelassen und dann war das vorbei. Oh ne, geht wirklich unter. Okay, wir dürfen die Lampe nicht allein. Müssen wir die Lampe nicht mitnehmen beim letzten Stück? Das letzte Stück müssen wir wohl alleine laufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wir gehen uns jetzt gar nicht gut, Leute. Ich kann da nicht mehr hüpfen. Ich bin jetzt so eingefroren. So schnell, so schnell wie es geht, bevor die Erinnerung stirbt, bevor wir sterben. Wir müssen los. Wir müssen weiter. 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 Wir brauchen ein Licht. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist ja... Bitte. 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 Ein Licht. Eine helfende Hand. Bitte, bitte. Oh, der kann nicht mal hoch. Oh mein Gott. Halt dich fest. Oh Gott. Lauf weiter. Lauf weiter. Lauf. Lauf weiter. Irgendjemand wird für dich da sein. Lauf. Lauf. Lauf nicht auf. Ja. Nein. Halt es fest. Oh nein. Halt es fest. Sei noch am Leben. Oh bitte. Die andere Hälfte ist auch tot. Och nein. Wer ist es? Jesus. Bei jedem Ende fängt was anderes an. Oh nein. Das ist doch ein Rucksack. Und wo bin ich hier? Ich habe das Stück. Ich lebe. Wer hat mich gerettet? Wer ist es? Wer ist die rettende Hand? Oh. Dankeschön. Hallo Schmetterling. Oh, guck mal. Einmal eine Hälfte Hand. Ist das schön. Dankeschön. Oh, ist das schön. Ist immer jemand der mich zieht und hilft. immer eine rettende Hand. Oh, das ist so toll. Oh, ist das schön gerade. Da ist wie immer eine schöne Musik wieder. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz diese schöne, die schöne Landschaft hier nochmal sehen. Ich kann mich ja nicht durch die ganze Welt hier. Ah, das ist toll. Ich habe euch schon mal gesagt, in einen der Folgen. Habt ihr mal Streit mit jemandem schon seit langem? Ruft ihn doch mal an. Kein Streit ist es wert, auf Ewigkeit ignoriert zu werden. Oder auf Ewigkeit geschwiegen zu werden. Oh. Oh. Wie schön das Spiel aussieht. Das gefällt mir so gut. Und hab. Und hab. Und hab. Und hab. Ups. Wer bist du? Wir kommen nach Hause. bringt mich hoch genau helft mir was das schön ab nach hause dort wo wir gestartet sind wir müssen das letzte puzzle teil noch bringen das letzte herz das bedeutet es kommt was neues eine geburt ja kinder hoppala ja kinder kinder sind so toll aber wie schön gemacht hallo das ist so toll dass mit diesem kleinen knollwoll hätte man echten kleinen sowas wie so eine animationsfilm für kinder machen können so schön ist der danke dass ihre andere gemacht hat ich bedanke mich erstmal schon mal bei euch fürs zugucken ich bedanke mich an den entwickler für ein wunderschönes spiel da sind sie ihr habt richtig tolle arbeit geleistet mit viel viel herz die fotos wurden geschossen da sieht man es wie das alles gemacht worden ist das habt ihr richtig gut gemacht danke für die tolle musik guck mal dort danke viel da ist auch die figur auf dem klavier sehr schön da macht es auch spaß und wenn ihr noch bis jetzt mal die letzten seiten zu sehen wenn nämlich jedes mal die namen kommen von denen die das alles gemacht haben ist das eigentlich nicht immer so interessant aber ich glaube bei diesem moment ist das richtig toll man will auch gerne wissen wer was gemacht hat guck mal die oma danke und das kind motion capture und wenn ihr doch bis jetzt dabei geblieben seid wir werden an rave 2 auch noch spielen genau es gibt noch einen zweiten teil dazu sehr schön und das werden wir natürlich auch mit euch machen wenn ihr natürlich möchtet ich würde mich freuen wenn ihr dabei sein und da haben wir es auch ein ea titel ea ist nicht immer böse ich lasse euch jetzt noch mit den letzten bildern mit den letzten namen euch bis dann und macht was macht was macht was auf euch einen schönen tag bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020